Musik 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 Das ist kein Kochlöffel. Falsch. Das ist ein Zauberstab. Es ist nämlich Fasching. Wie ihr wisst, vor einigen Tagen war Fasching und da waren alle verkleidet. Und mein Zauberstab hat sich als Kochlöffel verkleidet. Aber ich kann euch beweisen, dass das ein richtiger Zauberstab ist. Beiseite sind rot. Beiseite sind rot. Aber ich kann euch beweisen, dass das ein Zeichen der Zauberstab. Ich kann euch beweisen, dass das ein Zeichen der Zauberstab ist. Untertitelung des ZDF, 2020